Lavendelöl, ein Heilmittel und ein Wohlfühlmittel. Lavendelöl ist das ätherische Öl, das gewonnen wird aus der Lavendelpflanze, insbesondere aus der Lavandula officinalis. Lavendelöl wird gewonnen durch Wasserdampfdestillation der Blüten. Der Duft des Lavendelöls wirkt frisch, er ist krautig. Lavendelöl hat Eigenschaften beruhigend und ausgeglichen. Lavendelöl ist erfrischend, ist aber auch insektenabweisend. Lavendelöl wird oft in Hautpflegepräparaten verwendet. Lavendelöl kann man verwendet als Badezusatz. Lavendelöl kann man auch verwenden in einer Duftlampe. Lavendelöl hat also eine besondere Eigenschaft. Lavendelöl hat einen hohen Anteil an Linaloöl und wirkt deshalb antimikrobiell. Insbesondere kann Lavendelöl verschiedene Bakterien wie Esterichia coli, Candida albicans und Staphylococcus aureus in der Fortpflanzung behindern. Lavendelöl kann in geringen Konzentrationen verschiedene Hefe- und Fadenpilze abtöten. Und diese sind ja gerade verantwortlich bei verschiedenen Haut- und Nagelpilzerkrankungen. Und so kann man Lavendelöl auch verwenden für eine gesunde Haut. Wie wirksam Lavendelöl tatsächlich ist, ist allerdings noch nicht abschließend beurteilt. Lavendelöl kann man also verwenden als ätherisches Öl. Man verwendet es typischerweise als Duftöl oder als Badezusatz. Lavendelöl kann aber auch innerlich verwendet werden und kann helfen, zum Beispiel bei Unruhezuständen wie ängstlicher Verstimmung. Hilfreich, wenn man es gerade medizinisch verwenden will, ist erstens, dass man das Präparat aus der Apotheke bezieht, wo die Wirkstoffkonzentration ausreichend geprüft wird. Und natürlich sollte man, wann immer man etwas medizinisch verwendet, den Ratschlag von einem Arzt oder Heilpraktiker oder auch Apotheker einholen. Lavendelöl ist aber auch etwas, was man verwendet in der Parfümindustrie, in der Seifenindustrie und auch zur Abwehr von Insekten, sogar auch von Katzen. Lavendelöl ist also auch für Einreibungen möglich, in Badezusätzen oder auch innerlich verwendet. Da gibt es auch Kapseln und so weiter, wobei man als Vegetarier und Veganer darauf achten sollte, dass es dann auch vegane Kapseln sind.